Herzlich Willkommen bei FestoTV. Mein Name ist Frank und heute geht es um Rundholzverbindungen. Wie ihr mal im Beispiel seht, habe ich hier einen Dominodübel eingefräst und der Vorteil ist natürlich ganz klar, ich habe hier eine verdrässichere Verbindung. Wo setzt man diese Rundhölzer ein? In der Regel bei Handläufen. Ich habe hier mal ein längeres Stück mir zugeschnitten und möchte jetzt hier so einen 15-Grad-Handlauf miteinander verbinden, so wie es eigentlich in der Praxis auch vorkommt. Der eine oder andere weiß, dass wenn ich hier so eine Verbindung herstellen möchte mit einem ganz normalen klassischen Dübel, es nicht ganz einfach ist, auch hier die Mitte zu finden, sodass diese zwei Teile wirklich exakt zueinander passen. Bei Festo ist das gar kein Problem. Wir haben hier die kleine DL500-Domino-Dübelfräse und wir haben hier ein Zubehörteil und das ist unser Rundprofilanschlag und den montiere ich hier auf meinen verstellbaren Winkeltisch. Das Ganze wird hier aufgesetzt, mittels den zwei Klammern arretiert und mit den Schrauben hier festgedreht. Damit hier der Dübel nachher exakt sitzt, habe ich die Möglichkeit, dann gleich hier im oberen Feld an diesem Rädchen die exakte Fräspositionierung einzustellen. Das ist praktisch dieses Rädchen hier. Dann drehe ich die Maschine um und jetzt muss ich natürlich meinen Winkeltisch so einstellen, dass er hier auf diese schräg angeschnittene Fläche ausgerichtet ist. Das kann ich zum einen über eine Skala machen, da muss ich aber genau wissen, welche Gradzahl ich hier zugeschnitten habe, oder ich lege einfach dieses Werkstück in diese Aufnahme von diesem Rundprofilanschlag und durch Reindrehen kann ich hier das exakt ausrichten auf meinen Maschinentisch sozusagen, um das exakt auszurichten. Wenn ich jetzt anliege, arretiere ich hier im hinteren Bereich diese Klemmschraube, überprüfe das nochmal, dass ich mit der Schnittkante sozusagen anliege und wenn das der Fall ist, dann passt es. Das Ganze muss jetzt natürlich hier in der Höhe noch eingestellt werden und zwar, dass ich ungefähr im Zentrum sitze von meiner Schnittfläche und dazu löse ich den unteren Hebel und habe nun die Möglichkeit, das Ganze hier zu verändern und bringe das in die Position, dass ich hier mittig ungefähr meinen Dübel platziere. Also ihr seht, ihr habt hier individuelle Möglichkeiten, ohne großartige Anrisse zu tätigen, sondern einfach anlegen, das Ganze ausrichten, die Klemmhebel befestigen und schon kann ich loslegen. Die Frästiefe ist natürlich ebenfalls wichtig und bei einem Dübel 8x40, also 40 mm der Dübel lang, der jetzt sozusagen hier eingefräst wird und das Gegenstück, dann stelle ich die Frästiefe hier an der Seite ein. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten und über diese Vorrasteinstellung gehe ich hier auf die 20 mm, sodass die Frästiefe ebenfalls eingestellt ist. Ich lege jetzt meinen Anschlag hier auf meinen Rundhulz, halte es hier fest und kann nun die zwei Schlitze fräsen. Ihr seht, es geht relativ einfach. Wir legen jetzt den Dübel. Normalerweise kommt natürlich etwas Leim dran, Weißleim in der Regel, setzen diese zwei Teile zusammen und ihr seht, ich habe hier eine wirklich wunderbare Verbindung. Das Ganze mit Leim noch hinzugefügt und schon habe ich hier den Handlauf für meine dementsprechende Treppe. Nun, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, wieder dabei zu sein beim Verbinden von Rundhölzern und dem Domino-Verbindungssystem. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Euer Frank. Das Ganze mit Leim noch hinzugefügt und dem Domino-Verbindungssystem. Das Ganze mit Leim noch hinzugefügt und dem Domino-Verbindungssystem.